sagen wir mal so es ist gewissermaßen immerhin derartig das ausnahmsweise meinetwegen wäre das hier und jetzt nur mal angenommen weiterhin und allerhand sozusagen aber wenn es dennoch so verdreht und vor kurzem manchmal eben so geht und steht und über jedes maß hinaus wunschgemäß fächern wir das angebot bar aller vernunft und spreizen die palette der bandbreiten und aus der mitte des verhältnisses von himmel und erde auf den punkt gebracht fahren wir im zentrum des schwillt uns der besen im staub und das wird jetzt verzugslos hin und zurück ausgeschlachtet wie nichts bleibt aus und ungesagt und verschwiegen und hergeredet und tief tief geht es hinab in den der brodel ist nur so da stehst du wie auf stelzen und stoch ist also herum im gewöhnen und gewälzt und denn wir verhalten uns als ob näherungsweise ausgedrückt auf lange sicht mehr oder weniger abenteuerlich das eigentlich spannender aber ist und bleibt allemal fürs erste und auf immer und ewig